Hallo Leute! Neue Session hier mit dem Dan Half-Life Source und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Ah ja, genau. Hier unten sind wir lang gekommen. Ich habe meine Energie voll gemacht. Hier geht es weiter. Jetzt kann ich hier runter springen ins Wasser. Nett, nett, nett. Ja, warum hier ein Wachturm irgendwie so mittendrin steht, weiß ich nicht. So, ja, es ist jetzt eine neue Session. Jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen einspielen. Ich weiß nur, dass diese Würmer mir hier auf den Sack gehen und dass ich jetzt so schnell wie möglich Luft brauche. Jo, 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 jo. Jetzt muss ich ganz schnell... Ah! Fuck! Nein! Okay, ich hätte durch die Tür durchgemusst, oder? Ja. Ah! Ah! Puh! Machen wir erstmal hier diese miesen Würmer platt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man hier mit dem Crowbar keinen Zielkreis hat. Das ist mir jetzt gerade entfallen gewesen. So, jetzt erstmal Energie. Die läuft ja wieder hoch. Die triggert ja hoch. Ist ganz gut. So, kann man hier irgendwas tun? Hier geht es... Ne, hier geht es nirgends hin. Hier kann man nur Luft schnappen und weiterschwimmen. So, mal schauen. Ach, hier hätte ich... Ja, ich bin ja gepanikt. Ich war ja auch kurz zum Verrecken. Dann spürt man das nicht sofort, dass es hier weitergeht. So, lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Das ist gerade ein bisschen... Ah ja. Ich hasse Unterwasser. Ich glaube, es geht jedem so. Es gibt... What? Ah! Haha! Ja! Da könnte ich mich geil daran erinnern, ey. Dieser große Fisch. Nett, nett, nett. Das geht ja irgendwie jedem so. Unterwasserlevels sind eigentlich in fast jedem Spiel Katastrophen. Ich weiß auch gar nicht, warum die die immer noch trotzdem bringen. So, machen wir erst mal hier. Boah, ist das rutschig! Fuck! Fuck! Wo ist hier eine Möglichkeit, aus dem Wasser rauszukommen? Oh! Oh! Der Fisch! Der miese Fisch! Oh, komm! Oh! Puh! Ich werde mal sparen, Mann! Alter! Was hört beim Kopf denn aus? So! So, Handy wieder Handy? Ja, da bist du ja. Oh! Schnappt der Fisch jetzt auch danach? Ach, den Brocken? Ich glaube, da war gerade ein Schatten. Na ja, ich habe so das ungute Gefühl. Ich muss auf jeden Fall irgendwie immer wieder durch dieses scheiß Wasser gehen, um diesen Fischi Joe zu kriegen. Hey! Hey! Ja! Gute Story! So, jetzt holen wir uns erst mal die Armbrust. Die haben wir eben schon gesehen, hier. Mal gucken. Oh! Zack! Das sieht gut aus. Okay! Das ist natürlich fett gemacht, ey! Ah! Guck mal hier! Wieso kann ich nicht anzoomen? What? Schnell Luft schnappen. Und dann wieder rein. Ach, scheiße. Also, ich habe jetzt gerade... Huch! Oh, der hält mehr aus. Ja, werde ich auf jeden Fall laden. Aber... Ähm... Mein Zoom ist jetzt gar nicht auf der rechten Maustaste. Da muss ich mir gerade mal schnell einstellen. Bitte verwenden. Drucken... Zielen... Graffiti... Hä? Gab es das nicht bei Counter-Strike? Äh, bei Counter-Strike. Bei Half-Life? So ein Anziehen oder so? Hm. Mal abbrechen. Das ist ja sehr komisch. Na? Na gut. Okay. Ich kann nicht anzielen. Ey, Fisch bleib doch mal hier, Mann. Bleib hier! Ey, wie soll ich den denn? Ist doch unmöglich. Unmöglich ist das. Das ist nicht... Nicht möglich. Nicht schaffbar. Uuuh. Boah! Boah! Das ist eine Verschwendung! Ah! Schnell raus! Boah! 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 Fischi! 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 Okay, den habe ich getroffen. Gibt es so ein... Ah, hier unten kann ich... Hier unten kann ich... Hier unten... Ah, ja. Okay. What? Puh! Och, nee! Ich falle da wieder... Hart! Ich falle da einfach wieder straight rein. Komm, fress mich auf! Das hat keinen Zweck. Okay, zwei Schuss hält der aus. Also, zwei Schuss... Der hält noch mehr aus. Das hat ja schon ein paar Pistolenschüsse bekommen. Ich muss schnell speisen hier. Wie ist denn das Zoomen hier? Es gab doch Zoomen. Da kann mir doch keiner erzählen. No Fisch. Okay, das war schon ganz gut. Erstmal wieder hoch. Atmen, atmen und runter. Und da... So. Einen Schuss haben wir. Aber der ist echt zu schnell. Da kannst du den nicht treffen. Da musst du das echt mit der Pistole machen. Ja. Jetzt, jetzt. Jetzt! Jetzt kriegt ihr einen Serious. Nein! Ah, fuck. Ah, verpiss dich, man. Und wieder rein hier. Perfekt. So. Schnell, 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 schnell. Aber hier habe ich es geschafft so hoch zu springen. Das ging ja. Okay. So. Energiemäßig sieht es ganz gut aus. 20 Dings verloren. 20 Schild. Ruhe. Und runter. Geh rein da. Okay, wo ist der Fisch? Ist der tot? Habe ich ihn totgeschossen? In meinem letzten Schuss also? Okay. Ich sehe den jetzt nicht mehr. Vielleicht sind hier die... Ne, die Brocken sind eigentlich von den Tentakels. So. Na gut. Dann nutzen wir jetzt immer, dass wir hier jetzt ein bisschen Ruhe haben. Und gucken mal. Ah, hier. Sowas habe ich gesucht. Gut. Das ist schon gar nicht so einfach hier. So die Unterwasserphysik und so. Aber es ist wirklich. Also man merkt halt, dass das Spiel so alt ist. Also es ist... Die haben halt auch nichts verbessert irgendwie. Hier nur weil es ein bisschen mit Source geupdatet ist, sag ich jetzt mal. Es ist trotzdem... Von der Steuerung her ist es relativ identisch. So, ich glaube ich habe jetzt schon nach dem nächsten Step gepackt. Fisch ist tot. Ich warben ist, aber er scheint tot zu sein. So. Zack. Haha, in your face. Ja, das war immer... Das war immer meine Lieblingsmethode die zu töten. Weil es einfach einfach nur... Wow, wow, wow. Nein, nein, nein. Boah, da ist noch einer. Weil die mit der... Hier mit dem Brecheisen halt einfach nur einen Schlag aushalten. Man kann schön Munition sparen. Aber Munition habe ich ja eigentlich genug. Da muss ich jetzt eigentlich nichts sparen. Da kann ich jetzt eigentlich immer so um mich rum schießen, schlagen, hauen. Oh fuck. Wir sind unter Wasser. Oh oh. Oh oh. Fuck. Okay, das geht nicht. Also ist das der gleiche Fisch oder... Ist das ein hässlicher Bruder? Hier ist... Ach, hier seht ihr jetzt alles nass. Da rutscht man voll. Dann slidet voll. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Zwei. Okay, das war nichts. Das war mal gar nichts. Das war mal gar nichts. Okay, das hat ein Duckjump sein müssen. Okay, das hat ein Duckjump sein müssen. Okay, okay. Mal schauen. Heht uns nur durch. No. Oh. Alles voll Würmer. Die können auch schön da bleiben wo sie sind. Zart ey. Also ich kann mich so an den Fisch erinnern und so. Aber ich habe hier von diesen Levels gar keine Erinnerung mehr. Dass das hier so... Dass hier so viele von denen kommen und... So Schwimmpassagen und sowas. Keine Ahnung mehr. So, wo muss ich hin? Hier neben ist noch ein Gang. Das sieht gut aus. Jetzt habe ich natürlich die Armbrust. Ich verstehe nur nicht warum die... Ah ja. Ich habe hier irgendwas getan. Ich verstehe nur nicht warum ich mit der nicht anzoomen kann. Das ist doch nicht normal. Pfeile habe ich jetzt auch genug. Granaten habe ich genug. Noch mehr Pfeile. Ich glaube das war der Sinn hier, dass ich einfach nochmal Pfeile hole. So. Ah ja. Okay. Hier bin ich hoch gekommen. Also ich muss jetzt hier... Das ist so eine krasse... Jumppassage. Und da drüben kann ich mich wohl einmal ausruhen. Dann versuchen wir das doch gerade mal. Okay. Okay. Sieht gut aus. Okay. War nicht so gut. Ah, jetzt kann ich zoomen. Okay. Ach, das ist nur so klein. Ach, das ist nur so klein, ja. Ein Butthead war das. Scheiß auf den, ey. So. Hier drüben da werde ich auch nicht rüberspringen. Da gibt es ja nur diese komischen Packgranaten. Habe ich die nicht voll? Ah, fast voll. Who cares? Ah! Ist ja gar nicht so einfach. Okay. Mal aufpassen hier. Ach, ne. Let's der Jumpers out. Okay. Nochmal. Boah, 49 Health habe ich nur noch. Habe ich irgendwas abgekriegt, was ich vergessen habe? Das ist Dreck. Mal gucken. Ja, 49 Health. Ist ja komisch. Okay. Ich gucke jetzt gar nicht nach oben. Bam. Och, ne. Hat er mich doch nochmal erwischt. Nein! Ey, das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Oh, du wirst. Das habt ihr nicht gesehen, ey. Das war nicht die Szene, die ihr gesehen habt. Ja, das ist halt so eine Sache. Also, wenn man an Half-Life denkt, dann denkt man an viele coole Sachen, aber an sowas denkt man nie. Man blendet das ja auch immer aus, wenn man ein cooles Spiel hat oder so. Dann blendet man immer die nervigen Sachen aus. Ja, genau wie bei Mass Effect 2 diese ganze Grinding-Geschichte oder sowas. Das blendet man einfach aus. Also, dass man da jetzt hier die ganzen Planeten ab... Ab... äh... Alter! Jetzt klappt es nicht mehr. Okay. 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 Ich muss jetzt mal die Klappe halten. Volle Konzentration. Hopp. Das. 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 Oh Mann, ey. Mensch, das darf sich dann Schulz niemals zeigen. Ey, der lacht sich, der lacht sich kaputt. So. Hopp. Okay. 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 Ist das eigentlich gar nicht so... Das ist das Taschenlamm noch ausgemacht? Und hopp. So. TAK. TADA! Alter, mein Gott, erst mal einen Schluck. So, nach dieser Hardcore-Passage machen wir einen kurzen Break und sehen uns dann im nächsten Part von Half-Life Source mit dem Dan, Dan RKA Super Mario Dan. Macht's gut, tschüss.